Hallo und herzlich willkommen zu Lore Talk, Folge Nummer 53 mit dem lieben Herrn Craft. Hallöchen. Und mit mir, Barlow. Ja. Und ich glaube, es ist mal wieder eine Zeit nach etwas über 50 Folgen, ein paar grundlegende Dinge festzuhalten, was den Lore Talk betrifft, angesichts einiger, teils erboster Kommentare, die ich unter dem letzten Lore Talk gelesen habe. Oha. Also, die Kurzversion davon ist, wir sind China, Punkt. Nice. Also Craft und ich sind China, was den Lore Talk betrifft. Die lange Version ist, wir machen diesen Lore Talk und haben eine Menge Spaß dabei und das ist das oberste Ziel. Wir schreiben keine Scripts dafür, also im Sinne von, wir haben keinen Dialogtext, den wir uns vorher aufschreiben oder so. Vielleicht notiert man sich mal eine Frage hier und da oder sonst was oder eine Zeit lang habe ich auch die Folgen übersetzt, im Moment mache ich das gerade nicht. Aber das war es soweit. Und unsere Unterhaltungen, die nicht unmittelbar der Text quasi der WoW-Lore sind, sind immer etwas, was man, wie man so schön nennt, sich so organisch ergeben. Das ist manchmal sehr, sehr nah am Thema und recht ernst. Und manchmal ist das nicht so ernst. Und ich weiß, dass es immer wieder Zuschauer gibt, die sich denken, es gibt nur eine Art und Weise, wie ich das haben will und so müsst ihr das dann machen. Und da sind wir China. Wir sind hier keine Demokratie. Das hier ist nicht Wünsch dir was, sondern das ist … So ist es. Wir machen das so, wie wir lustig sind. Manchmal sind wir lustig, manchmal sind wir nicht so lustig. Manchmal sind wir albern, manchmal sind wir nicht so albern. Aber wir machen das immer so, wie wir Spaß dran haben und wie uns gerade danach ist. Und daran wird sich auch nichts ändern, weil der oberste Wunsch, den wir mit Lawtalk haben, ist etwas zu machen, was uns Spaß macht. Woüber wir gerne reden können, ist immer, wenn ihr sagt, ihr habt eine Sache falsch dargestellt oder falsch verstanden. Das ist etwas Inhaltliches, denn bei allem Spaß an der Freude nehmen wir das Thema definitiv so ernst, dass wir sagen, wir versuchen, die Geschichte von WoW nicht falsch darzustellen. Das ist ein wichtiger Teil. Also wenn das ist, können wir gerne darüber reden, über Humorpolizei, die erzählt oder uns angibt, welcher Witz erlaubt und an welcher Stelle gemacht werden sollte oder nicht oder was zu albern ist oder nicht. Müssen wir nicht reden. Das ist kein Punkt der Diskussion. Da passiert nichts Produktives. Ich empfehle euch nach wie vor, wenn es euch um reine Inhalte geht, was die WoW-Lore betrifft, holt euch die Chroniken selbst und lest sie. Die sind cool, die sind im Großen und Ganzen, bis auf die kleineren Fehler, die man immer wieder bemerkt, sind sie recht gut geschrieben. Wer auf Englisch reine inhaltliche Lore-Videos haben möchte, ohne viel Schnickschnack, dem ist Nobbel empfohlen. Ich glaube, Nobbel 87 heißt er, oder? Mit Zahl, genau. Genau, also Nobbel auf jeden Fall, World of Warcraft Nobbel, ganz, ganz, ganz tolle Videos zu WoW-Lore, aber das sind halt nicht der Craft und ich. Ja, damit müsst ihr leben. Ich sage aber noch was dazu. Wenn man, wie sowohl Craft als auch ich gelegentlich, ein Freund, der flachen Wortwitze ist, ist der lustige Teil meistens nicht der Witz selber, sondern die Vorstellung, dass jemand gerade da sitzt und sich an den Kopf packt. Ja. Weil er das unlustig findet. Schön. Glaubt mir, meine Freundin sitzt sehr häufig mit mir am Küchentisch und packt sich an den Kopf, wenn ich mal wieder einen flachen Witz gemacht habe. Kenne dieses Szenario, ja. Von daher könnt ihr davon ausgehen, dass wenn ihr uns mitteilt, dass euch Witze zu flach sind, wir also wissen, dass wir jetzt gerade möglicherweise Zuhörer haben, die besonders wütend darauf reagieren, wenn man einen schlechten Witz macht. Allergisch. Das nicht die Motivation erhöht, diesen Witz nicht zu machen. So, das also nur als kleine Einleitung für diejenigen, die bisher so ein bisschen missverstanden haben, was der Loretalk ist. Ist verständlich, gab bisher erst noch 52 Folgen und da hat man möglicherweise noch nicht mitbekommen, wie der Hase so lang läuft. Kann schon mal passieren. Das sind ja auch maximal 40 Stunden gewesen, die man den Loretalk bisher hören konnte. Und da ist ja immer noch nicht immer ganz sicher, welches Stilmittel so üblicherweise gebraucht wird. Ja, wenn man sich das nonstop aneinander gönnt, dann ist es schwierig mit der Aufmerksamkeit irgendwann. Den Rest der Zuhörer wünsche ich natürlich auch weiterhin viel Spaß. Wir machen weiter mit dem Gurubashi-Krieg. Ja. 18 Jahre vor dem dunklen Portal. Keiner der Gurubashi, die den Tode von Kriegsfürst Joknon mit angesehen hatten, überlebten den Kampf. Aber die Trolle brauchte nicht viel Fantasie, um sich auszumalen, wer dafür verantwortlich war. Die Gurubashi versammelten sich unter dem Banner von Zanon, dem Sohn des erschlagenen Kriegsfürsten und marschierten gegen Sturmwind in den Krieg. Soll das mal kurz zurückspringen in die letzte Folge. Wir hatten letzte Folge Medivh und seine drei Buddies, seine beiden Buddies, King Lane und, also Lille Lane und Anduin Lothar, die sich überlegt haben, lass uns doch mal so ein bisschen die Trolle zurechtweisen, weil wir dieses Land gerne hätten. Weil wir ganz gerne so ein bisschen weiter nach Süden expandieren würden. Genau. Und das konnten sie zunächst mal nicht mit voller militärischer Unterstützung tun und sind quasi so ein bisschen im Geheimen losgebrochen oder losgezogen. Haben dann allerdings festgestellt, upsie, die Trolle haben sich, ist das eigentlich ein Loa? Ist Hakkar ein Loa? Hakkar müsste Loa sein, ja. Der Blood God, Blut God oder so. Der Seelenschinder. Der Seelenschinder, genau. Haben sich die Hilfe von Hakkar, also die Trolle haben sich die Hilfe von Hakkar angeeignet und das war dann doch eine Nummer zu stark für die Default Spells, die man hier ohne Pay-to-Win bekommt. Und dann hat Medivh alles rausgeholt, was er zu bieten hatte. Es hat gewaltig gescheppert, alles war tot, aber sowohl Medivh, glaube ich, war es Medivh auch, der das schon mitbekommen hat, definitiv, aber seine beiden Kumpels haben sich gedacht, oh oh, da reden wir besser nicht drüber und das Handy-Video davon machen wir auch kaputt, ne? Ja, genau. Es hat alle, inklusive ihn selber, sehr beunruhigt und sie hatten dann so ein bisschen Angst vor sich selber eigentlich. Genau. Das ist jetzt der Stand der Dinge. Also, die Trolle, die das miterlebt haben, sind auch alle quasi zu Klump gekloppt und keiner davon hat es überlebt, aber der Rest hat sich ausmalen können, was passiert ist und weiß erstaunlicherweise auch sofort, wer verantwortlich ist, nämlich Sturmwind. Und deswegen gibt es Krieg. So. Es war Jahrhunderte her, dass die Gurubashi-Stämme vereint gekämpft hatten und die Menschen waren in keinster Weise auf ihren Zorn vorbereitet. Die Zahl der Trolle war erschreckend und binnen Tagen brachen die südlichen Verteidigungslinien von Sturmwind unter dem Ansturm der Gurubashi. Die Zivilisten, die sich nicht in Sicherheit bringen konnten, wurden auf grausige Weise abgeschlachtet und ihre Zähne, Knochen und Ohren dienten den Trollen als Trophäen. Ein schöner Gucci-Ohren-Bauchbeutel. Ja. Geile Sache. Ich bin gestern in einem Laden vorbeigekommen, die Zahngold aufgekauft haben. Unter anderem Gold, unter anderem auch Zahngold. Und da habe ich mich gefragt, wann und wie man so als normaler Mensch in die Situation kommt, dass man Zahngold in relevanter Menge verkauft. Also wie, beschreibe mir bitte die Situation. Oma, 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 O. Horst, hast du mal kurz hier die Zange? Wenn du auch mit deinem Kind an dem Laden vorbeigehst, gegenüber aus einer Eisbude. Papa kriege ich ein Eis, ja, kein Kleingeld bei. Dann stell mal hier Zahn ab und Attacke. Spontan, würde ich sagen. Spontan, gut. Also, Zähne, Knochen und Ohren dienten den Trollen als Trophäen. Das Ziel der Gurubashi war offensichtlich, Sturmwind zu Asche niederzubrennen. König Barathen rief alle Truppen zu den Toren der Stadt zurück. Eine kolossale Schlacht sollte über Gedeih und Verderb seines Königreichs entscheiden. Während die Kriegsmeute der Gurubashi näher rückte, berichtete Lane seinem Vater. Warte mal, ähm, wo sind wir denn jetzt gerade den Sprung gemacht von Stranglethorn bis an die Mauern von Sturmwind? Ja, sie haben ja alle Zivilisten auf dem Weg plattgeholzt einfach. Ach so, einfach ist das? Ja, Attacke. War ein bisschen sehr viele und dann... Ich hab gedacht, da wäre noch einiges im Weg, hier so die Northshire Abbey zum Beispiel und Goldhain, wird das RP gestört und so. Soforteskalation. Keine Chance. Alles einfach nur plattgemacht. Okay. Eben. Also. Während die Kriegsmeute der Gurubashi näher rückte, berichtete Lane seinem Vater, was er und seine Freunde im Schlingendorntal getan hatten. Baraten war mehr enttäuscht als wütend und sah davon ab, die drei Jungen mehr... Oh Gott, das ist das Schlimmste, ne? Wenn der Vater nicht wütend ist. Wenn der Vater dasteht und sagt, nee, nee Lane, ich bin nicht wütend. Ich bin nur enttäuscht. Boah, kritisch. Bam. Also von hier, von, äh, Dings, da hätte ich ja am Nichts nicht viel erwartet, aber von dir, ich bin enttäuscht. Ich fühle es. Und deswegen muss er die auch nicht bestrafen, die sind gerade bestraft genug. Das war auch gar nicht nötig. Steht direkt der Dingsgesang. War auch gar nicht nötig. Schon bald sollten sich die Trolle ihre, ach so, deshalb, sollten sich die Trolle ihre annehmen. Als die Gurubashi die Stadtmauern erreichten, ließ ihre schiere Übermacht Sturmwinds Soldaten erzittern. Zanon hatte einige der verbotenen Tricks seines Vaters erlernt und sie genutzt, um ein paar Gurubashi in riesenhafte Berserker zu verwandeln, die von wieder natürlicher Kraft erfüllt waren. Das zum Beispiel, dieses Troll-Berserker-Ding kommt bei den humanoiden Trollen, also bei den Player-Charakter-Trollen, gar nicht vor irgendwie, ne, oder? Gar nicht, ja. Weil das ist ja so ein zentrales Ding, wenn wir, wenn euch sie an so grob erinnert und auch andere von den Troll-Instanzen, diese ultra-kräftigen, super-mega-muskulösen Troll-Berserker. Mhm. Die sind ja immer wichtiger Teil eigentlich, wann immer es diese Troll-NPCs oder Mobs oder so gibt. Die kommen da immer und überall vor. Ja. Warum haben die das nicht auch als Racial oder so gemacht? Es gibt ja Berserking als Racial. Stimmt, ja. Aber da hat man nur leuchtende Hände, glaube ich, oder so, ne, so ein bisschen so Blattlast-Gleit. Dann überhaupt, genau. Kommt vielleicht noch irgendwann irgendwo. Ja, krass. Obwohl natürlich auf der anderen Seite, jetzt haben wir ja gerade eine neue Troll-Rasse gehabt, die eingefüllt wurde. Aber vielleicht kommen auch irgendwann die Gurubashi-Trolle als spielbare Rasse. Gibt's überhaupt noch welche? Bestimmt. Irgendwo ein Vereinzelter springt nach oben, ja. So, wo waren wir stehen geblieben? Äh, 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 ähm, wie waren wir stehen geblieben? Die mit der widernatürlichen Kraft. Diese mutierten Riesen erklommen nun die Mauern von Sturmwind und begannen, die Soldaten in Stücke zu reißen. Ach, die Zahl der Toten stieg auf beiden Seiten rasch an. König Baraten wusste, dass ein Wunder nötig war, um die Belagerung der Gurubashi zu brechen. Und so startete er, also der ergraute Anführer, mit seiner Leibgarde einen verzweifelten Gegenangriff. Er stürmte direkt gegen die höllische Frontlinie, um sich Zanons Kopf zu holen. Beinahe wäre ihm das sogar gelungen, aber dann wendete sich das Blatt und König Baraten schlaf auf den... Ich war mir klar, dass dieser Absatz nicht zu Ende geht, ohne dass mit einem Nebensatz eine wichtige Sache passiert. Ja, hoppla. Ja, äh, also das Blatt wendet sich und König Baraten war tot. Ende. Ist das irgendwie so DLC? Das kann sein, ja. Diese Bücher oder so, dass es irgendwie dein eigenes Buch gibt, was diese ganze Schlacht... Aber nee, du hast den DLC nicht gekauft. Ich sehe, du hast nur die drei Basisteile der World of Warcraft Chroniken. Da ist halt Baraten in einem Nebensatz tot. Ja, und da kriegst du dann so einen kleinen Brief, da sind dann so die Extrazeilen zum Reinkleben. Meinst du, der war bei seinem Anderen schlecht beraten? Ja, mit Sicherheit. Es gab keinen richtigen Beraten zum Mittag. Vielleicht hat aber auch der Troll den Baraten gerochen. Wirklich? Solange er ihm keiner in Röhre schiebt, ist das alles... Geht das noch? Ähm, starb also auf dem Schlachtfeld. Ich hatte gerade noch irgendeine Gegenfrage. Ach ja, so was ist mit Haka? Gibt der seine Kraft aus dem Schlingendontal bis nach Sturmwind? Oder ist der mitgekommen? Die haben sich ja ermächtigt einfach, ne? Also, der muss ja nicht groß vor Ort sein oder haben Totem dabei. So ein bisschen wie der Zaubertrank bei den Galliern, ja? Genau so. Bisschen abgefüllt und gib ihm. Mhm. Lelaine betraute den Tod seines Vaters, geplagt von Schuldgefühlen wegen seines törichten Vorstoßes ins Schlingendorntal. Doch er wusste, dass die Stadt sich nun auf seine Führung verließ. Chaos hatte sich unter den Truppen... Ja, natürlich, ist ja wieder der Anführer gestorben und da ist ja direkt wieder so ein Mäusemelken, so ein Haufen Flöhe, Sackflöhe. Genau. Alles schien verloren. Lelaine bat Medivh, seine Mächte zu entfesseln, so wie er es zuvor getan hatte. Das war seiner Meinung nach die einzige Möglichkeit, die Stadt noch zu retten. Waren die Trolle vorher so defensiv, weil die haben ja gerade ihren, also ihren ersten Anführer verloren und rennen dann einfach mal bis zu den Mauern, also reißen dann quasi instant aus dem Schlingendorntal raus Sturmwind ein. Ja. Haben die keine kriegerischen Interessen gehabt, irgendwie nach Norden vorzustoßen? Naja, das Problem war ja, das steckt der Teufel, denke ich, im Detail ja vom ersten Absatz auch mit, dass die Gurubashi ja auch in Unterstämme nochmal unterteilt waren, sodass jeder da sein eigenes kleines Dörfchen hatte. Und die sind jetzt irgendwie durch diesen starken Gegenangriff, durch den Tod eines, genau, eines ihrer Häuptlinge, ist da jetzt, glaube ich, erster Blut am Kochen und jetzt stoßen die das erste Mal vereint so einen Racheakt an. Die sind ein riesen geeinten Trolle. Vielleicht, vielleicht, aber wenn die halt so leicht bis nach Sturmwind kommen und das auch einzunehmen drohen, oder ihren Anführer, dann hätten sie das ja eigentlich schon vorher machen können, vor allen Dingen als Medivh gepennt hat. Das stimmt allerdings. Aber gut, es ist so, sie sind da und Lane bittet Medivh um Hilfe. Medivh stimmte ihm darin zu. Der Gedanke, seine ganze Macht zu mobilisieren, machte ihm Angst. Punkt, Punkt, Punkt. Also genau genommen sogar, Entschuldigung, Leerzeichen, Punkt, Punkt, Punkt. Ui, ganz gefährlich. Das ist richtig, richtig krass. Doch auf seltsame Weise war diese Aussicht auch aufregend. Ja. Ja, es ist Medivh. Und freut sich so richtig. Medivh magst du das? Freue mich. Okay, gut, Medivh. Dann komm mal mit. Der Wächter stand auf dem Wehrgang von Sturmwind und ließ Feuer und Eis auf die Gurubashi herniederregnen. Er ließ die Gegner mitten in der Bewegung einfrieren. Er ließ sie von innen heraus verbrennen. Er riss, wie bei der Mikrowelle, wenn du so ein Pizzabrötchen nicht drehst, ne? Dann ist das innen schwarz und aus, ob das sieht so aus wie es ist, und es ist steinhart. Er riss sie durch pure, arkane Energie in Fetzen. Ihre Schmerzensschreie übertönten selbst den Schlachtenlärm. Was genau ist der Schlachtenlärm, wenn er Schmerzensschreie nicht beinhaltet? Ja, so Axt auf Stein. Axt auf Stein. Geil. Klunk, klunk, klunk. Also übertönten den Schlachtenlärm. Nach kurzer Zeit wurde Mediv bewusst, dass er die Feinde vorsätzlich auf möglichst schmerzhafte Weise tötete. Ja, klassisch magier. Jetzt, wo ich drüber nachdenke, die so über den Anus auf links zu drehen, ist möglicherweise schmerzhaft. Und noch erschreckender für ihn war die Erkenntnis, dass er es genoss. Was so eine widerliche kleine Kackbratze, die so Mediv ist. Richtig räudiger Typ. Bei Mediv, was machst du damit? Den ist ja widerlich. Ich weiß. Aber geil. Als Mediv sein arcanisch Trommelfeuer schließlich beendete, stand Sturmwind noch. Okay. Nett. Pluspunkt. Sturmwind ist noch ganz. Das können wir schon mal auf der Haben-Seite verbuchen. Die Kurubashi und die Anführer hingegen waren alle tot. Ja. Alleine eine Handvoll Trolle war dem Mahlstrom der Magie entkommen. Die Bewohner der Stadt trauerten um die Gefallenen und bejubelten ihre Helden. Mediv wurde als einer der größten Verteidiger des Landes geehrt und das Königreich hieß Lelaine Ryn als seinen neuen Herrscher willkommen. Auch als Anduin Lothar zu einem der mächtigsten Kommandanten des Militärs befördert wurde, gab es von Seiten des Volkes nur Zustimmung. Mediv erkannte, dass er nicht die nötige Willenskraft oder die geistige Stärke besaß, um seine angeborenen Wächterfähigkeiten zu kontrollieren. Die Frau in seinen Träumen rief ihn zurück nach Karazan. Wer war nochmal die Frau in seinen Träumen? Seine Mutter? Ich glaube Egwin, ja. Egwin. Die Aggie. Man kennt sie. Man kennt sie. Wo er lernen sollte, seine Kräfte zu meistern. Also zurück ins Zimmer. Auf dein Zimmer. Ab nach Karazan. Oh Mama. Diesmal kam er der Aufforderung bereitwillig nach. Zu groß war seine Furcht davor, was er anrichten könnte, falls er es nicht tat. Die Isolation Sturmbins. Beim Kampf gegen die Gurubashi versuchte Baraten nicht, die nördlichen Nationen der Menschen um Hilfe zu bitten. Die Trolle rückten so schnell vor, dass Unterstützung niemals rechtzeitig eingetroffen wäre. Doch selbst, wenn die Voraussetzungen andere gewesen wären, hätte der König sich geweigert, um Beistand zu ersuchen. Vor einigen Jahren, als die Gnolle Sturm mitangriffen hatten, stießen ihre Hilfsgesuche an die übrigen Menschen-Nationen auf Taube Ohr. Moment. Die Gnolle haben nicht die Menschen um Hilfe gebeten, ne? Ne. Das ist eine etwas merkwürdige Formulierung. Die Menschen haben die Menschen um Hilfe gebeten. Seitdem hatten sich Baraten und sein Volk immer mehr von den anderen zurückgezogen. In der Überzeugung, dass sie auch allein mit jeder Bedrohung fertig werden würden. Hatten wir auch den Teil der Geschichte, ne? Ja. Dass die Gnolle und alle so, ne, die Sturm was? Ne, sorry. Geht gerade nicht. Die Bürde des Wächters. Als Medivh den Turm von Karazan erreichte, erwartete ihn dort die Frau aus seinen Träumen. Oh. Es war Erkwin, seine Mutter. Also jetzt nicht der Schalker Erkwin, seine Mutter, sondern es war Erkwin, seine Mutter. Das ist für neue RTL-Sendungen. Es war nicht der Erkwin, seine Mutter, die er nie kennenlernt hatte. Und sie war wütend. Oh Gott, das wird. Noch nichts gemacht. Ja. Mama, komm du mir nach Hause, Junge. Und zieh die Schuhe aus. Er hatte zu lange gezögert, ihrem Ruf zu folgen. Was einem König, also das ist irgendwie der Teil der Geschichte, den ich zumindest verpeilt habe. Die Frage halt nach Medivh und Erkwin und warum Erkwin nicht nach Medivh so richtig geschaut hat und sich nicht um ihn gekümmert hat. Ja. Wenn wir jetzt hier erfahren, dass sie offenbar schon sehr lange nach ihm gerufen hat, das war mir bisher nicht so bewusst, dass sie das getan hat. Sonst hätte ich nicht gefragt, warum sie quasi irgendwie strikt oder weiß der Teufel, Andreas war sexistisch, an Autos schraubt, an Schaufelradpackern schraubt, Baumaschinen und Presslufthämmern schraubt, wie es sich für Mütter gehört, statt nach so einem Mann zu schauen. Medivh ließ ihrem Zorn über sich ergehen. Er war nicht in der Position, ihr zu widersprechen. Nein. Mehr als ein Jahr lang holten Mutter und Sohn die Zeit nach, die sie getrennt gewesen waren. Erkwin, ich will gar nicht wissen, was genau. Nee, nee, ich will auch schnell weiterleben. Erkwin nutzte diese Gelegenheit und lehrte mir, ach ja, jetzt kommt's, lehrt ihr nämlich was? Was es bedeutete, ein wahrer Wächter zu sein? Geheimhaltung war das A und O. Das war ihre erste Lektion. Er konnte niemandem trauen, ganz besonders nicht dem Rat von Tirisfal. Ursprünglich war es die Aufgabe des Ordens gewesen, Azeroth gegen die Horde zu verteidigen und einem... Moment, gab es da die Horde schon? Äh... Also die brennende Legion, ja, aber die Horde? Die Horde? Nee. Gut. Gegen die... Ja, sie meinen sicherlich die Legion dann, oder? Ja. Das ist bestimmt so eine ungünstige Formulierung einfach. Vermutlich, ja, ja. Ähm, also Azeroth gegen die Horde zu verteidigen und einem Wächter Macht zu schenken, damit er den Dämonen im direkten Kampf gegenübertreten konnte. Also Dämonen, brenne Legion, ist wohl gemeint. Ähm, im Laufe der Jahrhunderte hatte sich dies jedoch fast unmerklich geändert und nun schien der Rat mehr mit seiner Selbsterhaltung beschäftigt zu sein, als mit dem Schutz Azeroths. Zudem verachtete der Rat Egwin. Er hatte ihr die Macht des Wächters geschenkt, ähm, aber sie weigerte sich, diese Kräfte zurückzugeben. Nö. Und hatte sie stattdessen, nö, ihrem Sohn vererbt. Früher oder später, da war Egwin sicher, würde der Rat erfahren, dass Medivh diese Macht nun inne hatte. Ja, möglicherweise erfahren die das dadurch, dass Sturmwind gerade alle Trolle wegnuklearisiert hat. Eben, ein riesiger Atompilz, Mann, Geheimhaltung. Geheimhaltung ist das A und O. Nee, klar, mach ich alle Trolle platt. Sicher überhaupt kein Kabumm. Zack. Übrigens, Geheimhaltung ist das A und O. Der ist so ein bisschen so ein Tauren-Schurke oder so. Knack, knack. Trappel, trappel, trappel. Pff, ah. Ähm, ja, also Geheimhaltung war das A und O. Vielleicht merkt irgendwas, irgendjemand, dass er diese Macht inne hatte. Die Ratsmitglieder würden ihm zweifelsohne mit Misstrauen begegnen. Doch war er der erste Mensch, äh, nee, war er doch der erste Mensch, der diese Fähigkeiten ohne ihre Erlaubnis erhalten hatte. Einer von Elkins engsten Freunden, Morös. Also er heißt natürlich Moros und wir kennen ihn alle. Ja, man kennt ihn. Entschuldige, ich hab gerade so ein bisschen, ich muss wieder so lachen, dass es mich so ein bisschen schnupft gerade. Uha. Ah, so. Bisschen Schnodder im Weg gehabt. Entschuldigung. Schnodder ist das A und O. Ist das A und O. Er erklärte sich bereit, bei Medivh zu bleiben und im Turm von Karazan nach dem Rechten zu sehen. Ach, wir sehen, vom Kontakt zu Moros sollte Medivh sich jedoch vom Rest der Außenwelt zurückziehen. Die anderen Zauber würden seine Last, nee, anderen Zauberer würden seine Last nicht verstehen. Davon war Elkwin überzeugt. Ja, das ist verständlich. Da hat sie vermutlich auch sehr recht mit dieser Einschätzung. Nicht einmal die Kirin Thor, die Magokraten von Dalaran konnten ihm mit ihrem Wissen weiterhelfen. Medivh berichtete seiner Mutter von der seltsamen Dunkelheit, die in seinem Inneren zu lauern schien. Hat er ihr schon erzählt, dass er den Vater platt gemacht hat? Ich glaube, das hat sie so gemerkt. Sie hat ihn ja beobachtet. Von daher gehe ich mal davon aus, sie weiß ziemlich genau. Sie hat ihn beobachtet, aber dann irgendwie 14 Jahre an einem Turm gewartet und gemoppert, dass er nicht kommt. Ja, genau. Wir hatten ja aber auch die eine Stelle, wo dann beschrieben wurde, dass Medivh ja auch Visionen hat und dunkle Träume und Weltenende und er das dann gekonnt, ignoriert hat. Also, beide schuld. Sie war inzwischen mehrere Male an die Oberfläche gekommen. Achso, ich dachte, die Mutter war an die Oberfläche gekommen. Die Dunkelheit war an die Oberfläche gekommen und er hatte Angst vor ihr. Doch Elkwin tat seine Sorgen ab. Die hat doch mitbekommen, dass sie von Sargeras ein bisschen was geerbt hatte. Also, sich dabei Sargeras irgendwie angesteckt. Hatte sie das nie mitbekommen? Nein, kommt jetzt. Warum nicht? Ich hätte schwören können, dass da vorher, war nicht der Vater von Medivh auch schon irgendwie skeptisch? Egal. Gut. Also, die Aggie. Ja. Während ihrer Zeit als Wächterin wurde sie von denselben Sorgen gepeinigt und glaubte, dass es sich dabei lediglich um die Bürde der Macht handelte, um das Gewicht der Verantwortung. Ja. Sie ahnte die Wahrheit nicht einmal. Nämlich, dass Sargeras dunkle Präsenz, die einst ihren Geist beeinflusst hatte, nun auch durch Medivhs Gedanken verzerrte Moment. Aber dann, wenn sie, die Wahrheit, die ahnt ja nur die Wahrheit nicht, dass die Präsenz von Sargeras Medivhs Gedanken verzerrt. Ja, auch ihre eigenen nicht. Das auch nicht. Okay. Sie ahnte die Wahrheit nicht einmal, fängt ja an, dass sie ihren Geist, wir wussten ja auch, dass Egwin sowieso so ein bisschen, naja, arroganter war und auch selber sich immer als das Höchste mitgesehen hat. Ja. Aber sie ahnte nicht, dass Sargeras dunkle Präsenz die einst ihren Geist beeinflusst hatte. Oder ist das nur an uns gerichtet? Ich denke, das ist an uns so ein Nebensatz. Das ist auch ein Nebensatz. Ja, gut. Ja. Letztlich kehrte Egwin wieder ins Exil zurück. Es fiel ihr nicht leicht, ihren Sohn zu verlassen, aber sie wusste, dass Medivh niemals vor dem Rat von Tieresfall sicher wäre, solange sie an seiner Seite blieb. Medivh seinerseits zog es in die Bibliotheken von Karazhan, zog es nicht in die Bibliotheken von Karazhan, zurück und widmete sich seinen Studien. Die Aufgaben eines Wächters waren mannigfaltig. Das ist ein schönes Wort, das wir viel häufiger benutzen sollten. Ständig. Seine Fähigkeiten unbegrenzt und so versuchte er, die verlorene Zeit nachzuholen, so gut es ihm eben möglich war. Wenn seine Fähigkeiten unbegrenzt sind, dann sollte es ihm ein leichtes sein, die verlorene Zeit nachzuholen. So sieht's aus. Wie Egwin vermutet hatte, erfuhr der Rat von Tieresfall schließlich, dass ihr Sohn der neue Wächter war. Der Orden hatte von den Taten des Magiers in Sturmwind gehört. Verrückt. Crazy. Sieben Denkmäler gebaut und so. Sag mal, was ist das für ein... Das ist... Weiß ich gerade auch nicht. Ist geheim. Ist geheim. Und auf gar keinen Fall nach Karazhan. Gar keinen Fall. Nee, da ist nichts. Da ist nichts. Niemand. Und vor allen Dingen nicht Medivh. Da sind mannigfaltige andere Menschen. Und Medivhs Spur bei seinen Nachforschungen bis nach Karazhan zurückverfolgt. Fuck. Die Ratsmitglieder waren längst von ihrem Plan abgerückt, einen zweiten Wächter zu erschaffen. Egwins Rebellion hatte gezeigt, dass sie ein solches Individuum nicht kontrollieren konnten, ganz gleich, wie sehr sie sich bemühten. Auch wussten sie, dass jeder Versuch Medivh ihren Willen aufzuzwingen, ihn erzürnen würde, genau wie einst seine Mutter. Deine Mutter ist wütend. Deine Mutter willst du die machen können. Unglaublich. Ich hab noch einen. Ich hab noch einen Medivh. Warte. Deine Mutter ist wütend. Babam. Und wieder einer weniger. Der Rat schickt der Abgesandte nach Karazhan, um deine Mutterwütze zu machen. Die Medivh höflich um ein Treffen baten, doch sie erhielten, ja, zack, gelesen, zwei Häkchen. Ja. Medivh. Äh, Medivh. Wir wissen, dass du da bist. Kriegst du ein lustiges Katzen-Gif ab und zu dann. Genau. Irgendwie so Reaction-Gifs. Ja. Von Medivh. Keiner da, lol. Ähm. Darum versucht sie, der Rat ist anders. Sie überzeugten zahlreiche Magie-Orden, nee, Magier-Orden und Schulen, junge Schüler zum Medivh zu schicken, damit er sie ausbildete. Keiner dieser angehenden Magier sollte wissen, dass ihr neuer Mentor der Wächter war. Hä? Was? Ich verstehe den Plan gerade nicht. Naja, sie versuchen jetzt so ein klassisches, ist ja bei Magiern nicht unüblich, so ein Lehrer-Schüler-Bündnis das Bündnis zu machen, ähm, ja, und wollen dann die jungen Magier sicherlich irgendwie dann auch aushorchen, als Spiehwohner auch benutzen und, ja, Frechheit, zwielichtig. Medivh war ein schroffer Lehrmeister und keiner seiner potenziellen Schüler blieb länger als einen Tag bei. Nice. Geiler Lehrer auch. So, hör mal hier, jetzt Kapitel 1 Magie, du Kackspast. Äh, Mami. Ähm, ja, also hat richtig gut funktioniert mit den Lehrern. Aber Medivh spürte, dass die Dunkelheit in ihm wuchs und glaubte, seine Abgeschiedenheit sei der Grund dafür. Moros hatte Verständnis für ihn. Er hatte nie Agvins Überzeugung geteilt, dass sie sich von der Welt zurückziehen müsse. Nun schlug er vor, dass Medivh, wenn er schon nicht den Kirin Tor oder dem Rat von Tieresfall trauen konnte, Leute aus den umliegenden Regionen zu einem Bankett einladen sollte. Wie im Raid, ne, im Kazan Raid. Ja. Dies hätte gewiss keine tieferen Beweggründe, außer vielleicht Neugier und die Gesellschaft würde dem Wächter gut tun. Medivh erklärte sich einverstanden und so fand ein großes Festessen statt. Die Gäste waren beeindruckt von den Wundern des verzauberten Turms und amüsierten sich köstlich. Und ihre Freude hob auch Medivhs Stimmung. In den folgenden Jahren sollte es viele weitere Feste in Karazan geben. Bei den Adeligen aus der Region um Sturmwind galten Medivhs Feierlichkeiten schon bald als exklusive Veranstaltung der feinen Gesellschaft. Der Rat von Tieresfall schmuggelte einige seiner Diener unter die Gäste, aber was diese Benz gezaubert und so. Alles andere Scheiß, egal. Alles von Autos. Medivh, kannst du mir vielleicht irgendwie sowas zeigen? So ein bisschen dunkle Magie? Ich kann dir zeigen, wie man sich eine Rolex macht, Kollege. Wie eine Rolex. Das war nicht das, was sie von Hagvins Sohn erwartet hätten. Weitere potenzielle Lehrlinge erschienen auf Medivhs Türschwelle. Er legte es nicht länger darauf an, sie zu vergraulen, jedoch sollte, ich hab gar nicht daran gedacht, dass er das absichtlich gemacht hat, das war nur so eine dunkle Energie. Er stellte jedoch die höchsten Ansprüche an sie und falls ihnen auch nur ein einziger Fehler unterlief, schickte er sie fort. Was für eine Kackpratze, oder? Geiler Typ einfach. So, ähm, links oder rechts? Links. Raus. Rechts meinte ich. Rechts. Raus. Du hast links gesagt, raus. Ah, super auch. Wenige dieser Schüler hielten es länger als eine Woche in seinem Turm. So ein bisschen wie bei den drei kleinen Schweinchen. Kommt irgendwann ein Schüler, der das Steinhaus baut und der es überlebt, beim Medivh-Schüler zu sein? Medivh war nun nicht länger allein, doch die innere Dunkelheit breitete sich rasch in jedem Winkel seiner Seele aus. Jeder flüchtige Augenblick der Freude schien unter der Last seiner drückenden Schwermut zermalmend zu werden. Wow. So, da mache ich mir für heute den Marker rein. Krass. Herr Kraft, möchten Sie das bereits Geschehene, das bislang Geschehene zusammenfassen? Auf jetzt. Wir sind heute nämlich, wir sind nämlich heute mitten im Gurubashi-Krieg gestartet, denn, wie wir schon am Anfang nochmal zusammengefasst haben, haben unsere drei Freunde ja so ein bisschen impulsiv gehandelt und kriegen jetzt die Quittung. Denn der Sohn von dem Kriegsfürstentroll Jognon, also dessen Sohn, der hat das Ganze mitbekommen. Hast du dir den Namen nicht gemerkt von Jognon? Nee, ich habe die Seite nochmal offen. Uncovered Cheating. Und ja, der Sohn war dann eben dabei, die Stämme eben zu einem. Ja, wir haben natürlich so Trollstämme von Faraki, Amani, Gurubashi, aber die sind eben auch nochmal in einzelne Kriegsfürstenlager unterteilt. Und der hat dann gesagt, Freunde, so geht's hier nicht. Ja, wir müssen uns hier zusammenrotten und gegen Angriff starten. Und das Ganze passierte im Grunde genauso schnell und impulsiv, wie auch unsere drei Freunde losgerannt sind. Nur, dass die Trolle in einer anständigen Zahl, ermächtigt durch ihren Blutgott HK und auch gnadenlos komplett von Schlingdorn-Tal über Westphal bis Goldhain-Storme durchgeballert sind und alles zerstört haben, was nicht bei drei auf dem Baum war. Und ja, dann standen sie da auf einmal. König Barathin war nicht so glücklich damit, ja, und musste auch sofort reagieren. Das heißt, für Strafen und Maßregelungen war gar nicht die Zeit. Beide Seiten Krieg, auf beiden Seiten Verluste und komplettes Siegesgeheue auf Seiten der Trolle eigentlich, die die Stadtmauern niederrissen und Krieger massakrierten. Bis auch Barathin in so einem verzweifelten letzten Gegenangriff versuchte, sich den Kopf zu holen von unserem Anführersohn. Oder jetzt Anführer, besser gesagt. Nicht mehr hauptberuflich Sohn. Und ist dabei gescheitert. Ja, das heißt, unser guter Lane wurde dann vom Prinzen zum König hochgestuft und hat dann gesagt, ja, Medivh, jetzt wo Vater ein Tod ist, kannst ja eigentlich mal was machen. Und Medivh immer noch geplagt von Zweifeln. Er kann sich selber nicht so einschätzen und die Magie, aber die Alternative war eben, dass Sturmbind untergeht. Von daher, rauf auf die Stadtmauer und alles entfesselt, was der Magie-Orbit so zu bieten hat. Natürlich auch ein bisschen ermächtigt und beeinflusst von unserem guten Sargeras wieder. Und der zerfetzte einfach die Trolle, als gäbe es kein Morgen mehr. Ja, also das war ein riesiges Durcheinandergeflöte von den verschiedensten Zerfleischungslauten. Und letztendlich stand er dann relativ alleine da, weil es war eigentlich bis auf zwei, drei Trolle, die weggerannt sind, die entkommen sind, war echt nichts mehr übrig. Ja, das war diese schöne Schlacht von Sturmwind. Und im Folgenden, unser Lame, ist sein König Lothar aufgestiegen zum obersten Militärrang und Medivh hat sich dann zurückgezogen nach Karazan, hat sich mal besonnen, auf seine Träume, seine Visionen zu hören und wurde ja von seiner Mutti, von der guten Egwin, ehemals Wächterin. Müssen wir noch kurz sagen, also die sind quasi alle vom gesamten Volk dafür gefeiert worden, für diese Verteidigung. Genau. Also das ist auch, das haben auch andere mitbekommen, dass da ein bisschen was passiert ist mit den Trollen. Genau. Und das fanden alle toll. Und jetzt sind's totale Helden. Ja. Medivh derweil in Karazan. Ist bei Egwin, die holen so ein bisschen ihr interfamiliäres Zusammensein nach, sie lehrt ihm einige Sachen über Magie, über das Wächtersein, über das, was ihn so plagt. Ja, die Dunkelheit von Sageras ist auch im Gespräch, aber das tut sie so ein bisschen ab als die Bürde der Welt, die eben auch seinen Schultern lastet. Und ja, so entwickelt sich Medivh zu einem mächtigen Magier. Er erfährt einiges über dieses Wächtertum, über die Magien an sich. Und ja, die Dunkelheit wächst aber parallel auch in ihm drin. Und tatsächlich hat auch unser guter Rat von Tirisfal und die Magier von Dalaran und Wer nicht alles mitbekommen, dass da jemand mal eben die gesamten Gurubashi ausgelöscht hat. Und kommen dann eben auch auf Medivh, führen das Ganze fort, dieses Suchspiel, landen in Karazan und versuchen ihn so ein bisschen zu bespitzeln, zu bereden. Ja, wollen ihm Schüler unterjubeln, ihn zu einem Lehrmeister machen, versuchen mit ihm zu sprechen. Das fruchtet alles nicht so. Als Lehrer ist er jetzt nicht so die Granate und reingelassen werden die erst recht nicht. Und Medivh, der sich immer weiter zurückzieht in dieser gesamten Situation, der kriegt zum Glück von Egwin den guten Moroz an seine Seite. Und der versucht so ein bisschen, ihn auch aufzubauen und mit ihm zu reden. Ist so auch eine Art Freund mittlerweile geworden. Und sagt dann letztendlich, ja, du lässt hier keinen rein, du verkreuzt die Schüler. Wir müssen was machen. Du vereinsamst hier in dem Turm das nicht gut mit deiner ganzen Last. Und so fängt Medivh an, Feste zu veranstalten. Ja, die seine Laune aufbessern, mal unter Menschen kommen, ein paar schöne Zaubertricks zeigen. Und ja, da schafft es dann der Rat auch endlich seine Spione mal richtig mit einzustreuen. Und keiner weiß so richtig, was mit dem Medivh jetzt los ist. Du bist ein bisschen Partyboy geworden, ne? Ja, ist jetzt voll der Partyboy. So Oakley-Sonnenbrille und so. Voll geil. So hochgeklappte Poloshirt. Geil. Whirlpools. Es geht richtig zur Sache da in Karazan. Alle sind begeistert. Und ja, mittlerweile ist er nicht mehr so als mächtiger Magier und Wächter bekannt, sondern so als der coole, adelige Partyboss. Und ja, das lässt einige Leute verblüfft aufstoßen. Aber das ist aktuell erstmal die Situation. Ja. Ich glaube, das ist auch unser Ende heute gewesen. Ja. Die Dunkelheit wächst. Partymachen wächst. Ja. Und ja, Medivh, cooler Typ. Und wir haben noch so ein bisschen mehr über Karazan erfahren. Und über Morrows. Ja. Und die tollen Partys in Karazan. Wo ich sehr gespannt bin. Weil als wir Karazan zum ersten Mal sehen, sieht es ja dann doch ein bisschen anders aus. Wobei doch reichlich getanzt wird und so. Das stimmt. Aber nicht von den Lebenden. Das stimmt ja. Irgendwas muss passieren. Irgendwas muss da wohl offenbar passiert sein. So. Ja. Dann würde ich sagen, hoffen wir mal, dass ihr Spaß hattet. Und wir hören uns bei der nächsten Folge vom Lore Talk wieder. Ja. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.